Ich komme gerade zurück, ich war unten in der Ortschaft in meinem Lieblingsgeschäft hier, der Tantel Vira Laden. Völlig überraschend, wie immer war der Horst, der Inhaber auch da. Da hatte ich eine Idee, wie ich eventuell vergünstigt an einen Kasten Hiltis Boy kommen kann. Kennst ja unser hier Ortschaftsgetränk für den Frieden. Kannste trinken und vor allen Dingen, da ist drin, was draufsteht. Es schmeckt hervorragend. Auf jeden Fall habe ich zu denen gesagt, hör mal, hast du Kasten Hiltis Bier zufällig? Sagt er. Ja, wie wenn ich gewusst hätte, dass du kommst. Hat er mich einen hingestellt, ein Fläschchen rausgenommen und gesagt, guck mal, was hier steht, haltbar bis April nächstes Jahr. Da sagt er, ja, das ist richtig. Da sagt er, das glaube ich nicht. Das ist nicht mal bis morgen haltbar. Da wollte er mich wieder vom Gegenteil übergezeugen. Dann habe ich immer, ja, eine Fährte ausgelegt und habe gesagt, pass mal auf. Wegen der Haltbarkeitszeit von den Zeug hier. Mama Wette, wenn ich gewinne, kriege ich den Kasten Hiltis Boy für Nullinger. Wenn du gewinnst, zahle ich für den Kasten Hiltis Boy 50 Prozent. Hat er ja kurz gesagt. Moment nach, muss ich jetzt nachdenken, kaufmännisch. Ja, das geht. Okay, habe ich gesagt, okay. Hier steht ein Kasten Hiltis Boy vor dich. Da sagt er, ja, habe ich ihn gestellt. Da sag ich, hast du auch mitbekommen. Jetzt die Fläschchen drinnen, haltbar bis April nächstes Jahr. Sagt er, ja, Mindesthaltbarkeitszeit. Ja, dann halt mal. Da sagt er, wie, hebe mal hier das ganze Teil auf hier. Ist er haltbar bis April nächstes Jahr. Hat er angehoben. Gut, er ist also durchtrainiert. Hat schon eine ganz schöne Zeit geschafft. Ich schätze, waren so acht Sekunden. Dann hat er abgestellt. Da sagt er, was ist mit Mindesthaltbarkeitszeit hier April nächstes Jahr. Dann hat er gesagt, er hat sich auch gewundert. Gut, hat er mich den Kasten gegeben. Er sagt, wir können die Wette nochmal machen. Vielleicht kannst du da gewinnen. Er sagt, okay, probiert nochmal. Hat er wieder probiert. Jetzt hat er aber alles von sich gegeben. Auf 15 Sekunden. Da habe ich gesagt, hast du wieder hier. Habe ich doch gewusst. Hat er mich zweiten Kasten Bier gegeben. Und dann habe ich ihn noch einen schönen Tag gewünscht. Und habe mich von Acker gemacht. Soviel zum Thema Mindesthaltbarkeit. Ne? Weiße? Soviel zum Thema Mindesthaltbarkeit. Soviel zum Thema Mindesthaltbarkeit. Soviel zum Thema Mindesthaltbarkeit. Untertitelung des ZDF, 2020